So und willkommen zurück zu Tararia Ich hab nen scheiß Hintergrund Tararia 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 Oh wir sind so durch Ohne Spaß Ich bin so fertig Ich hab jetzt für dich Ich hab jetzt für dich gefarmt Also Nein hab ich nicht Aber ich wollte doch Ich wollte doch hier in die Hölle gehen Ja jetzt aber nicht mehr Wie jetzt nicht mehr Ja jetzt ist es vorbei Jetzt ist Ente Jetzt ist Schiff wieder im Schacht Boah da kommt dieser Moment Wo man einfach nur so fertig ist Dass man nur noch am Rad dreht Ohne Spaß Guck dir dieses scheiß Haus an Was ist daran falsch Oh scheiße man Was ist daran falsch Daniel ist grad noch im Singleplayer Oh jetzt habt ihr die Chess gesehen Mit den vier Mechanic Worms Ja das ist die Wahrheit Das ist die Wahrheit Wir Wir die uns immer über Offscreen Aufgelassen haben Sind selber solche Offscreen Gaylords Und Glitschen uns die Sachen auch alle Offscreen Ich bin so am heulen Ich bin so am heulen gerade Alter Oh gut das Gut das scheue ich Du komm mal auf den Scheiß Halbermann Ich will doch nur Scheißhaus bewohnbar machen Scheiße mal Wieso kann denn da niemand einziehen Oh scheiße Was warst du mir gerollt Oh mein Bauch Jeff the guide has arrived Ja bei dir Oh mein Bauch Oh scheiße Ich hab Oh scheiße Ich hab 1500 Ah Das hat aber wieder gut getan GUT GETAN Oh scheiße Oh mein Bauch ist sterbe Oh scheiß mit seinem heulen Oh Wieso Ist dieses sche... Müssen die Häuser alle zusammen sein? Ja Nee, wissen sie nicht. Glaub ich. Guck mal, ich hab 1524 Pfeile jetzt. Jetzt halt. Daniel, kommst du bitte? Daniel! Und Daniel, biete. Ja, was ist los? Biete, Daniel. Kommst du mal? Ja, irgendwie... Ja, was soll ich denn jetzt bei dir machen? Ja, mir helfen. Den Destroyer zu kennen. Ja. Ja, und was hat sich jetzt bei dir verändert? Ich hab jetzt die krassen Pfeile am Start. So. Die hab ich noch die ganze Zeit... Was hab ich gerade gemacht? Offline-Erfahrt. Oh, scheiße. Ja, ja. Ja, komm. Ja, warte doch. Ich verändere gerade das Haus von der Nurse so, dass man auch von oben durchs Dach healen kann. Durchs Dach? Durchs Dach durch! Oh, diese Angel-Statue, die wird mir helfen. Geister, ey! Die wird mir helfen. Wieso? Oh, echt. Boah, krass. Die sieht aber schön aus. Wir haben doch bestimmt noch so eine minderwertige Hunter-Potion. Na, hör mal auf, da irgendwas hinzubauen. Wir müssen das jetzt echt schaffen. Jetzt aber mal ernst. Jetzt, jetzt ist er aber mal ernst. Hunter-Potions sehen noch aus, wie Urin mit Blut vermischt. Was? Ich finde gerade keiner. Ich frage mal meinen Ball raus. Was? Was soll er? Ach so, das zeigt nur die, äh... Okay. Boah, was mich schon immer aufgeregt hat, dass hier nur eine Wutten-Plattform ist. So. Das macht eigentlich Gameplay-technisch keine Änderung, aber... Boah, das sah cool aus. Okay. Ich schimmel mich jetzt hier in die Ecke. Ich auch. Jetzt mach ich auf Dusk. So, und jetzt geht's los. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Alter, hast du das gesehen, wie viel Schaden ich dem gedrückt hab? Ja, komm mal, wie viel Schaden ich dem durchgehend drücke. Alter, diese Viecher sind mega hart. Nicht sterben. Nicht sterben, Peter. Nicht sterben. Peter, du schaffst das. Oh, natürlich schaff ich das. Ich hol mir... Ich kauf mir gerade live, ja? Ja. Ey, wieso... Was hast du denn da oben gemacht? Scheiße, ich bin die ganze Zeit auf dem oberen Map-Brand. Mir fällt gerade auf, dass wir wann kommen können. Ja, Peter, komm mal in die Blue Party. Ja, warte, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ach, ach so. Wie, was mach ich? Ich kämpf gegen das Scheiß-Wie hier. Also, ich flieg durch die Luft und schieß die ganze Zeit dauerhaft nach unten. Wie sieht's denn aus? 40.000, sagst du. Die Hälfte. Ja, da kann man doch drüber reden. Oh, oh. Ah, halt durch! Halt durch, du Zigeiner! Okay, ich geb mein Bestes. Jetzt kommt bestimmt noch ne Wirrwarr von oben, pass auf. Ach, du bist wieder da? Ja, ich kauf mir noch Leben. Ja! Ja, das hab ich jetzt nicht beachtet, ne? Es kann sein, dass ich jetzt... Abkacke. Nicht nur, weil ich da bin. Einfach aufhören zu. Abkanacke. Ich bin tot. Okay. That ain't no matters no more. It's a me, Superman. Ich geh mir auch grad Leben holen. Ja, sief, Digga, sief. Er läuft bei dir. Wieso kann man... Wieso hast du... Ah, wieso kann man nicht von da oben drauf? Ja, kann man! Hab ich doch extra gemacht, du. Du Zigeiner, Alter. Äh, du. Roma. Ne, jetzt kommt ne Viver, ne? Ja! Richtig geil, doch. Ich schieß einfach auf alles. Ja, wir sind fast so gut wie Hero. Wir können das. Alter, der ist doch schon mega down. Ja, ich sag ja. Du hast ja mega schaden damit. Ja, ich sag ja. Peter. Das ist die erste Mal, dass du eigentlich sinnvoll bist. Oh, fuck. Sief, Digga. Halt durch. Halt durch. Halt durch. Halt durch. Halt durch. Halt durch. Geh dir Leben holen. Oh, fuck. Fuck, hey, hell, Mann! Das ist genau dir. Nein, er ist weg! Als ob. Er ist weg. Ne. Peter? Nein, er ist da, er ist da, er ist da, er ist da! Oh, heilige Scheiße! Nein! Scheiße! Peter, halt durch! Peter, ich muss dir Leben holen. Ja, dann hol dir deine scheißverkacksten... Ey, von oben komm ich da aber nicht dran! Ja, weil du dumm bist, Alter. Stell dich doch direkt über den. Ja, ich bin tot. Ja, Peter, du bist tot, ne? Jetzt hättest du mal vielleicht ein bisschen besser... Ja, halt durch. Halt durch. Durch. Halt mal durch, bitte. Die machen aber auch einen scheiß Schaden. Also, mein lieber Mann. Jetzt ist endlich. Was machst du denn? Hol dir doch, hol dir doch, hol dir doch live, oder hast du? Hab ich schon. Ach so. Bei mir geht das ja ein bisschen schneller als bei dir. Es ist so geil, wenn ich einfach nur oben im Space schwebe. Einfach nur so Down-Bratze von meinen tausend offscreen erfarmten Seelen. Ja, ich glaub, dann verfolgt er dich aber. Und ich will nicht, dass die Nurse stoppt. Also, pass besser auf. Scheiße. Übernennet's. Und die Nurse ist gleich tot. Oh, wir sind gefickt. Ich hab dir doch gesagt, geh da nicht hin. Ja, sorry. Ich bin der Daniel. Ich bin so viel schlauer als der Peter. Ich hab so viel mehr Erfahrung in diesem Spiel und sowieso. Überhaupt. Nicht. Peter, du spielst auf safe und ich bin eher so aggressiv, ja? Ja, ich spiel eher aggressiv, ja? Aggressiv? Ja, ich spiel eher aggressiver und du spielst eher auf safe, ja? Dann, dann, damit wenigstens einer noch hier bleibt. Ja, und vielleicht erwartest du dann von mir, wenn du dann wieder innerhalb von zwei Sekunden gekommen bist. Dann meinst du so, ah, Peter, halt durch. Und dann überlebt er das so mit, mit 400 Leben. Oh. Ah, ist kaputt. Nochmal? Wir haben ja noch, nochmal haben wir es ja. Aber dann haben wir keine Nurse. Ja, die Nurse. Hm, und ich hab dir noch gesagt, lass das machen, wir schaffen das auch ohne krosse Necklace. Wie viel zählen haben wir? 28. Okay. Bis dann. her. Okay.